Ich lass die Rute wieder hängen in den... Ich bin langsam. Heute bombe ich an den Haken eine Tiger-Gamba. Wenn ich's weiß, schmeiß ich einfach Dynamit am Sand schrei. Ich bin dein Lieblingsangler. Hey, dein Lieblingsangler. Es geht los. Es wird crazy. Heute wird's crazy. Mein Lieben, angekommen am Spot. Und ich hab hier diesen kleinen Kamerad getroffen. Der geht richtig ab beim Angeln. Wie meinst du? Emili. Heute hast du einen Dorado? Ja, ein großer. 10 Kilo. 10 Kilo. Also er sagt, 10 Kilo Mahi Mahi würde heute fangen. Wir drücken ihm die Daumen. Schlag ein, mein Freund. Yeah, crazy! So, mein Lieben, es geht los hier. Erstmal gucken, ob wir ein Fischchen fangen. Mein Plan sieht wie folgt aus. Seatrout Katapult und Penslammer 4 beschleunigen meinen Spirulino. Raus auf die offene See. Diese Technik ist sehr erfolgreich für Mahi Mahis, Wagurettas und Amber Jacks. Also Emilio hat den ersten Fisch hier heute gefangen. Ein Mahi Mahi. Einfach nur herrlich. Ich freue mich für den kleinen Jungen. Ist ja herrlich. Sie hat mich auf die Abweine gesagt. Ist ja herrlich. Emilio! Eine Jampuga! Für die Abweine. Wunderschöner Fisch, oder? Sehr schön, Emilio. Danke. Ist ja sehr glücklich. Ich. Und die Abweine wird glücklich sein. Super! Super! Check! Jan Buga! Oi! Mahi! Mahi! Jetzt pass auf, Diggi! Boah, da ist er! Der ganze Schwarm kommt jetzt hier vorne hin. Mit Mahi. Sieh, sieh. Mahi, Mahi! Mahi, Mahi! So. Mein Lieben, da ist er. Der Einige. Wunder, wunder, wunderschöner Mahi, der erste vom Jahr. Ich würde ihn am liebsten zurücksetzen, aber, ich würde ihn am liebsten zurücksetzen, aber der blutet total der Fisch und deshalb kommt er in die Bratpfanne. Es geht weiter. Juhu! Da, zwei kleine Baby-Mahi-Mahis. Aber man muss halt dazu sagen, Mahi-Mahis werden groß, ist der schnellstwachsendste Fisch. Es gibt genügend davon und dieser Fisch war verletzt, hat stark geblutet und deshalb kommt er in die Bratpfanne. Gleiche mit Emilio, der wollte ihn auch zurücksetzen eigentlich, aber hat auch stark geblutet. Deshalb bekommt ihn seine Oma. Und ich werde mir diesen wunderschönen Fisch mit meiner Familie schmecken lassen. Es wird einem verherrlicht. Gucken wir uns hier nochmal die Fische an. Wunderschön einfach. Babys. Wird aber gut verwertet. Wunderschöner Fisch. Alter Diggi, du hast auch reintraten. Crazy. Hier sieht man, wie spritzig und nervös diese Fische sind. Meiner Meinung nach sind das keine Fische für Catch und Release. Wenn du sie fängst, verwerte sie anständig und esse sie mit Respekt. Mahi, Mahi. Mahi, Mahi. Mahi, Mahi. Oha. Ist das ein geiler Fisch? Ja klar. Bist du happy? Juhu. Mahi, Mahi. Der schönste Fisch. Mein Lieblingsfisch. Ich freue mich für dich. Yeah. Mahi, Mahi, Attacke. Hau raus das Teil, Tobi. So, hier geht es richtig ab. Mahi, Mahi, Attacke. Aber ich muss erst mal was frühstücken. Jetzt gibt es hier erst mal eine schöne Enzaimada. Friends and Friendinnen. Mein Lieben, es ist so ein herrlicher Tag. Mahi, Mahis. Und frühstücken hier am Stallen, herrlicher geht es nicht mehr. Emilio. Da ist er wieder. Tritt. Cuidado. Cuidado. Seat trout catapult und die schöne Penn Slammer 4. Natürlich von der Angel Domäne. Und jetzt werde ich das noch mal rausfeuern. Und werde noch mal gucken, ob da nicht noch ein schöner Fisch an den Start kommt. Fisch ging nicht mehr, meine Lieben. Aber vorher springen wir jetzt erst mal hier rein ins Wasser. Ich mache das traditionell in der schönen Schießer unter Hose. Und jetzt geht es hier von dem Hügel ins Water. Oh, mein Schaffhaus. Friends and Friendinnen. Ich spring das erst mal hier vom Felsen. Ich habe die Schießer-Boxer-Shots wieder voll, aber ich habe Spaß dran. Sieh, mir pasa algo, Algemi, puede salva. Si, con el gancho. Con el gancho ese te sacamo. Emilio. Ahí. Wow. Toby, Tobe.. Wow. Wow. And. Also, wir sind alle reingehüpft, jetzt geht es an den nächsten Angelspot. Es geht weiter mit dem Angeln, mein Lieben. Viel Spaß! Bevor es weiter geht, gibt es noch schnell Mahi Mahi, was wir heute machen, seht ihr jetzt. Die Mahi Mahis werden als allererstes in Haifischstücke zerschnitten. Dann stecken wir sie in eine Plastiktüte und würzen sie mit Klausgrill Frecher Feta. Ein herrliches Gewürz. Bisschen Salz dazu und schön verrühren das Ganze. Dabei kann auch schon mal ein Stückchen rausfallen. Aber das Hebe mal einfach ganz schnell offen, stecken es wieder in den Beutel. Dann knoten wir die Plastiktüte zusammen und schmeißen sie in den Kühlschrank. Fertig ist es. Und jetzt kommt der gute Mahi Mahi auf den Bernie. Bernhard Jones, der geilste Grill der ganzen Welt. Checkt ihn unbedingt ab. Jetzt geht es los. Menschenskiller, guckt euch das an. Hier ist er der Mahi Mahi. Der erste des Jahres ist einfach herrlich. Es ist sowas von lecker. Es erinnert an Gyros. Aber dieser Fisch so und das ist wirklich ein Traum. Also ich muss einfach sagen, es ist ein Traum. Es ist herrlich und ich freue mich. Ich bin dankbar dafür, dass ich das jetzt essen kann. Und jetzt geht es weiter. Yeah! Boom! Good morning, friends and friendinnen. Hier ist er wieder, euer Lieblingsangler live from the beach. Heute zusammen mit Markus. Servus. Wir werden versuchen Raubfische zu fangen. Dazu habe ich hier leichtes Angelgerät. Penslammer 4, wie immer. Markus und ich, wir stehen mitten im Märchenschwarm. Alles voll mit Märchen. Die paaren sich nämlich jetzt zu dieser Jahreszeit. Die sind richtig wild am paaren. Ja, die hängen alle aufeinander und sind sich am ein... am massieren. Ich habe sowas von Bock. Es ist entgeil hier. Leute, kommt hierher. Lasst ein Like da und abonniert. Supergeil, das ist der Kerl. Alter, Markus dreht schon wieder ab. Jetzt geht es los, mein Lieben. Yeah! Boom! So, komm. Go, Bro, it's on! Angel ist geladen und es geht los hier zwischen den Märchen ins Wasser. Mal gucken, was hier für Raubfische sich rumtreiben. So. Aber so ein Hut beim Angeln ist schon echt geil. Alles gut. Da ist er. Da ist er. Wow. Wow. Oh. Aber es fühlt sich wild an. Also folge mir, Markus. Jetzt kommt der erste Fisch des Morgens. Juhu. Ist das wild. Palo. Ich sage es ein Palo. Palo. Ich sage es ein Palo. Palo. Ich sage es. Ich sage es mal, dass er hinterher gekommen ist. Hier vorne gerade. Markus, du musst die Rute nehmen. Ich halte dich. Wunder. Wunder, wunder, wunderschöner Palo mit Horn. noch ein bisschen zu klein um mitzunehmen. Mein Lieben, hier ist ein wunderschöner Palomethon, wunderschönster Fisch der Welt und jetzt wird er zurückgesetzt. Zieht euch diesen Fisch rein. Und was sagt dein Herz jetzt so? Ich drehe gerade den Wurf. Erster Wurf. Mach schön langsam, aber den hast du. Der kommt, der kommt. Voller Distanz. Schön langsam. Geiler geht's nicht mehr. Achtung, nimm schnell die Rude von mir und dann landen wir den. Krass, oder? Krass, oder? Stark ohne Ende. Der geil, Alter, was ein geiler Fisch. Schnell wieder ins Water mit dem. Eine geile Färbung. Geiler Fisch, oder? Geil. Fühlt sich mega geil an. Herrlich, oder? Es ist traumhaft. Leute, ihr wisst nicht, was ihr verpasst. So Leute, der Fisch darf weiterschwimmen. Traumhaft. Der hat's verdient, weiterzuleben. Wir fangen noch ein paar mehr. Lassen wir ihn schwimmen. Yeah! Tchagalaga. Vielen Dank, mein Freund. Gern geschehen. Hammerhart. Geil, Mann. Mega. Dein Vernippel, Leute. Geil, Mann. Yeah. Ja, Alter. Und tatsächlich bist noch der ein oder andere Fisch. Hier kommt noch ein schöner Palometton von Markus. Leider auch nicht in der Größe, dass wir ihn mitnehmen konnten zum Asen. Aber wunderschön und er durfte wieder ganz glücklich weiterschwimmen. Du hast nicht sowas von infiziert, mein Freund. Einfach nur supergeiler. Ich flippe so aus. Ich flippe so aus. Und damit ihr jetzt doch nochmal die Märechen noch besser sehen könnt, schwimme ich jetzt mal hin. Ich hoffe, dass ich sie so ein bisschen besser aufnehmen kann. Und hier sehen wir das Rudel der total geilen Märechen. Das sind einfach auch total wunderschöne Fische. Der absolute Wahnsinn, meine Freunde. Absolut Gierfischerei. Und jetzt bestell noch an deinen besten Freunden einen schönen Gruß. Bei meinen besten Freunden. Ihr seid Idioten. Bleibt zu Hause. Ich fische lieber selber. Boah, Markus ist aber hart sympathisch heute unterwegs. Mein Lieben, es geht weiter. Ich denke, ich werde jetzt zu meiner Lullo fahren und mit ihr eine Eiscreme lutschen. Ganz viele Grüßes, mein Lieben. Abonniert und liked das Teil hier. Grüßes. Du willst so wie ich fette Fische am Ufer vom Mittelmeer fangen? Mahis, Amberjacks, Tunas, Barracudas und Co.? Dann gibt es jetzt genau das Richtige für dich. All mein gesammeltes Fachwissen in der Fishing Academy. Hol dir deinen Zugang und werd auch du ein richtiger Mittelmeer-Angel-Cowboy. Okay, komm. Ja, wir fachen durch die tausendvollen Schuhe. Nur für dich singe ich das Liedes Tunana. Wir sind beide ein vom Glück Maritouana. Also gebt ihr diese Zeilen neu mir zu. Meine Tax, meine Uhr einbrockenen Subaba. Dein Gesicht, die Figur, deine Frisur. Dein Gesicht, die Figur, deine Frisur.